So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin da wohl einer reingerabt. Ja, danke, Zodivision. Im hitzigen Gefecht. Ich bin da jetzt reingestolpert. Quasi. Ah, der sucht nicht sein Ziel. So. Das war's? Nein, nein, jetzt kommt's ich irgendwo. Wo ist das Ziel? Oh, bei mir oben. Oh, schießt, ich komme. Aber ich darauf komme. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich habe im Griff. Warnung, eintreffende Gegner. Was ist da unten? Warnung, Ware wird beschossen, wird beschossen. Oh, das ist nicht die Nebenmission, glaube ich. Ich glaube schon. Die ich es jetzt ausgewählt habe. Ich habe die nämlich noch nicht ausgewählt. Aber es ist der Nebeneinsatz, der ganz rechts, glaube ich. Okay, dann sind wir dann reingestolpert. Okay. Na ja. Agenten-Spur. Warnung, eintreffender Gegner. Oh, du bist wieder oben. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Frau Schmidt, Frau Schmidt, Frau Schmidt. Ah, nimmt Schaden. Shit. So, mein Freund. Ist echt eine geile Ablenkung, oder? So, nehmen wir einen Satz abgeschossen. Ja, warte. Dann machen wir es ganz zurück, oder? Ja, sorry. Ja, kann man, oder? Aber die Erkenntnisproke... Okay. Wenn wir schon da waren. Wenn wir schon da waren. Oh! Okay. Genau, wenn wir schon da waren. Wir sind ja da flexibel, ne? Haben wir die Spur jetzt? Warte mal. Da, da ist. In diese Richtung, oder? Warte mal, ich analysiere mal. Ja. Haps. Da hinten. Ich muss das einmal ja auch auslösen. Einsamal. Okay, das war's eigentlich. Ja. So. Wieder Return. Zur eigentlichen Mission. Zur CTF-Nachschub. Ja, wir gehen an anderen Weg. Wir gehen an anderen Weg. ziehen. Ah, wenig Sachen. Hell's Kitchen. Aber sicher. Ich check mich noch mal runter. Noch haben sie mich nicht entdeckt. Komm, ein Freund. Komm. Weil ich gehe mit dem Officer. Aber ich komme genau bewegen. Oder andere zumindest. Erstens. Gut, verteidigen. Ganz hinten. Ah, mit dem Baseballschläger habe ich angehittet. Eine Granate. Oh. Der da fallen lassen. Und dort kann man sitzen. So, mein Freund. Komm, 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 komm. Das tut weh. Das tut mir leid. Oh. 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 Oh, man. Das ist ja Pro-Gamer mäßiges Durchwaschen, Alter. Das ist ja noch ein bisschen leichter. Muss man dazu sagen? Muss man? Ja, nicht dazu sagen. Muss man auch sagen, ja. Agent, einige unschuldige Bürger werden von jemandem namens Wildchild angegriffen. Sie müssen eingreifen. Das erinnert mich irgendwie an eine Szene aus Staffel 2. In meiner Serie. Also, falls Sie Hilfe brauchen, lassen Sie es mich wissen. Kopfgeld. Oh, verstehe. Das ist auch eine coole Mission. Kennst du dir was? Nein, aber Kopfgeld. Man muss einen... Weitere alles hin. Headshot, bitch. Oh, keine Ahnung, bitch. Das ist er schon? Ja. Das ist er schon. Na dann, wenn er fels gesetzt ist. Bekannt schon. Mach mal nochmal raus. Oh. Zweite Leutnant. Geil! und dann kommt wald scheiden achte ich habe nichts so mein freund jetzt kommt der richtige und ich gehe rechts vom hkw ok dann gehe ich links oh schiesse scheiß jetzt der wildschild Bist du, wir beide. Das ist so aufregend. Ich kann gar nicht verstehen, warum die Kritiken so schlecht waren. Wie auch immer, Ende der Durchsage. Eine. Blaue... Blau-Pause. Da ist ja Munition zum Nachfüllen. Munition? Und im grünen Kampf. Genau. Äh, wo geht's da raus? Da, rum. Ah. Oh shit. Patrouille. Patrouille mit Elite gegen... Trefft. Oh shit. Oh shit. Kann schon mal hier die Lipps? Oh. Stop. Eu. Soll ich bitte rein in den Gras zurück? Oh. Oh scheiße. Wo ist denn der herkommen ist? Oh shit. 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 In das du Wixer. Das was mal ist. Jetzt haben wir schon mal alles hatten. Bist der jetzt schon wieder 18 Gegenstände drinnen? So, Geisel-Rettung, machen wir jetzt auch easy, cheesy. Genau. Wegen eine, Pölzeln weg, genau, wir haben die Geisel. Okay. Oh, ist das ein Sender-Sonnenuntergang. Untergang oder Aufgang? Oh shit, boah, sind wir schon. Oh shit, das ist ein Sender-Sonnenuntergang. Warnung, Feind presentiert, entdeckt. Right? Ja. Okay. 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 Yes. Danke, dass Sie gekommen sind. Ist für uns auch was drinnen noch vielleicht? Ja, Dietrichsett, ich kann das aufsperren. Okay. Eine blaue Magnum. Na gut. Wohin jetzt? Da runter oder? Gehen wir runter, ja? Zum Nimm-Einsatz gleich weiter. Wenn wir gleich schon einen Lauf haben. Razi-Fazi machen wir das. Wer sind die Ghosts? Wir machen das. Division. Entschuldigung. Fail. Mach nix. Unglaublich was ich früher als. Ist ja eh fast das gleiche. Wir sind die Ghosts, Ghosts of Divisions. Der selber Hersteller sieht uns. Was? Wobei wir das quasi chronologisch unrichtig spielen. Stimmt. Was? Andererseits, die haben nix mehr mitgekriegt in Bolivien, was da abgeht. Die kämpfen ja selber noch gerade. Genau. Die haben einen Predator am Hals. Die haben das Rainbow Switch, die Stimme anrufen müssen. Das glaube ich auch. Es wird Zeit, eine größere Band zusammenzutrommeln. Ah, das ist oben. So. Oh, er da wo... Okay. 1 von 5. Ah, das ist das. Das ist das. Das kann ich mich auch noch erinnern. Ich nicht. Kannst du da weiter rein eigentlich gleich, oder? Stimmt. Das ist am anderen Haus oben sowieso. Noch eine? Jupp. Okay. Okay, unten kommt man mal nicht dran. Oh, der darf vielleicht. Okay, ich bleib mal mal da unten ins Windows. Oder? Kommst du darauf? Ja. Oh, der darf vielleicht. Ja. So. Dann da rüber. Dann da rüber. Das habe ich schon damals nicht gefunden. Ich kann mich an das gar nicht erinnern. Ja, der Räuber. Da. Aber dann muss ich... Dann muss ich so zurück eigentlich auch, gell? Nein, ich kann da runter. Warte. Ihr Einsatzziel wurde aktualisiert. Weiter. Aktivieren Sie das Energieerle. Bestätigung. Lokal Stromnetz online. Ja, der ist online. Okay, warst schneller. Ja. So. Aktivieren Sie das Energieerle. Okay. Du hast es noch nicht aktiviert. Nein. Da kommt man nicht rein. Ach so. Da kommt man aber auch nicht. Ah, oh ja. Ich verstehe. Jetzt weiß ich, wo es hingeht. Schieß weiter auf sich. Wenn wir sterben. Kommen euch für die Zähne. Ja. Ach so. Hast du es? Warte. Ich habe einen bedürftigen Käufer. Und bedürftigen. Muss ja auch sein. Muss ja auch sein. Ist doch zwischendurch. Wir sind ja... Ihr stirbt da halber und er hilft dem bedürftigen. Jöi. Dann mache ich es selber. Servus. Du kannst aber auch, wenn nicht alle. Ah, okay. Ja, dann kannst du runtergehen. Nein, dann warte ich es los zu mir machen. Okay. Ja, wie du willst. Such es da aus. Okay. Bestätigung. Bestätigung. Stromless online. Warte, bin gleich dort. Bin gleich dort. Gute Arbeit. Und wir müssen uns raus. Schau. War ich würde noch sagen, dass unsere Kosten... Ah, wir sind schon drüber. Aber ich hätte gesagt, machen wir den noch, oder? Gut. Dann haben wir das Gebiet abgeschlossen. Dann haben wir das Gebiet abgeschlossen. Okay. Jetzt wirst du ganz schnell, jetzt razi-fazi bootst. Genau. Ich habe mich zuerst schon gesehen, wo wir vorbeigelaufen sind. Okay. Warte aber auf mich, wenn du dort bist. Sooo. Da 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 da. Bist schon mit nem fett. Mhm. 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 Soviel zum Thema. Warte auf mich. Ja, wo bist du denn so lang? Was machst du denn da unten? Ja. Fert die Herstärkung angefordert. Warte um, komm an's? Warte um, komm an's? Ja. Ja. Warte um. Ach, warte. Hallo. Na gut dann heim ich so, oder? Unter der Highline nahe Dyer findet in einem Parkhaus ein Wassengeld der Rikers statt. Sie müssen das Material sichern. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Varno, Feinskraft in Heran sich. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Vielen Dank.